Ja moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und in diesem Video möchte ich mal über einen OG-Skin reden, den OG-Skin, den wirklich jeder von euch erwartet, dass er wieder in ein Online-Spiel kommt, also in Fortnite. Und warum er nicht mehr kommen wird oder ob er noch kommen wird, das kläre ich in diesem Video. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, ansonsten macht nochmal beim Gewinnspiel mit. Ich habe derzeit noch ein Gewinnspiel am Laufen für ein paar Tage. Schnell nochmal mitmachen, ich verlose nämlich vier Dinge aus dem Gegenstand. Völlig egal, welche Dinge es sind, ich nutze meine Geschenkfunktion nämlich, um euch etwas zu schenken aus dem Shop. Also schreibt doch mal mit einem Hashtag unten in den Chat, was, oder in die Kommentare, was ihr haben wollt. Also Hashtag und dann irgendwie Rabenskin oder so, ist ja völlig egal, was ihr haben wollt, das, was ihr möchtet. Ansonsten, was ihr noch tun müsst, ganz einfach ein Like da lassen, Abonnent von diesem Kanal, dann natürlich auch die Glocke aktivieren, um mir das Buch auf nichts mehr zu verpassen, rund um Fortnite. Und dann teilt doch gerne mal noch das Video mit euren Freunden und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, legen wir mal direkt mit dem Video los. Viel Spaß! Ich weiß, ich habe ein bisschen lang gelabert jetzt, aber wir kommen mal direkt zur Sache, Leute. Wir wissen ganz genau, welchen Skin ihr alle noch erwartet in Fortnite, weil sich den so viele Leute noch holen möchten. Und Halloween ist ja mittlerweile vorbei, wir kriegen Richtung Weihnachten und Silvester zu. Und wir haben den eigentlichen absoluten OG-Skin, den Ghoul Trooper, immer noch nicht gesehen. Viele von euch wollen den Ghoul Trooper haben und den Skull Trooper haben wir ja bekommen. Und die weibliche Variante von dem Skull Trooper haben wir ja auch bekommen. Die Sense kamen auch wieder in den Shop, Powercourt kamen wieder in den Shop und einige rote Ritterinnen und so kamen ja als erstes. Und eigentlich sind fast alle OG-Skins, die mal im Shop waren und keine Battle Pass-Skins waren, sind eigentlich weg. Also alle sind wiedergekommen und sind keine richtigen OG-Skins mehr. Deswegen fragen sich die meisten, okay, wann wird Epic Games diesen Step wagen und den Ghoul Trooper wieder ins Spiel bringen? Aber Leute, ich muss euch wirklich enttäuschen, ich denke nicht, dass Epic Games den Ghoul Trooper ins Spiel bringen wird. Ich denke mir, die werden bestimmt einen OG-Skin noch lassen, den wirklich keiner haben soll, außer halt die Leute, die den OG-Skin haben. Aber den Ghoul Trooper, den werden sie definitiv nicht nochmal ins Spiel bringen. Ich meine, die haben alle OG-Skins gekillt und es bleibt nur noch ein einziger übrig und das ist der Ghoul Trooper. Und warum sollte Epic Games diesen Ghoul Trooper wieder tot machen? Ich bin der Meinung, Epic Games wird den Ghoul Trooper erst wieder ins Spiel bringen, wenn Fortnite ein bisschen uninteressanter wird, um die Leute dann wieder zurückzuholen und zu sagen, ey, guck mal, ihr wolltet doch den OG-Skin, den Ghoul Trooper haben und den haben wir jetzt wieder in den Shop getan. Fangt wieder an, Fortnite zu spielen und spielt nochmal ein bisschen. Das Ganze kann zwar funktionieren, aber wird in der Theorie nicht so heftig sein, weil die, die dann gar nicht mehr spielen, interessieren sich dann auch nicht mehr für den Ghoul Trooper. Aber ich finde trotzdem, dass Epic Games das einzig Richtige macht und den Ghoul Trooper nicht wieder ins Spiel bringt. Ich meine, der Skull Trooper hat absolut an Bedeutung verloren, die Rote Ritterin hat absolut an Bedeutung verloren und die restlichen Skins, der Powercourt oder so, hat auch absolut an Interesse verloren. Ich finde den gar nicht mehr interessant. Ich weiß nicht, die, das hat mal für mich, diese OG-Skins haben mal für mich eine richtig krasse Bedeutung gehabt. Ich meine, wenn man den Skull Trooper in der Runde gesehen hat, dann dachte man sich so, oh mein Gott, der Typ spielt schon richtig lang und der ist bestimmt ein richtiger Motherfucker. Natürlich waren da immer ein paar Lowbobs dabei, die dann nicht spielen konnten, aber das waren dann eher die wenigeren. Aber die, die diese OG-Skins hatten, waren wirklich die absolut krassesten Motherfucker und haben alles auseinandergenommen. Und diese Tage möchte ich zurück. Ja, und deswegen, wenn ich einen mit Ghoul Trooper sehe, dann raste ich absolut aus. Ich fliege direkt weg, weil ich denke mir so, nee, Digga, mit dem nehme ich das definitiv nicht auf. Aber mittlerweile, wenn ich einen Skull Trooper sehe, rasiert man dem zu 80% weg und der hat gar keine Chance. Schreibt mir mal gerne eure Meinung in den Kommentaren, was denkt ihr, sollen sie diesen OG-Skin, den Ghoul Trooper wieder reinbringen. Ich sage es euch zu, also ich sage mal, zu 99,9% wird dieser Ghoul Trooper nicht wiederkommen. Ich meine, Halloween ist vorbei und an Halloween sollte der wiederkommen. Ist er aber nicht. Warum sollte Epic Games den an Weihnachten wiederbringen oder an Halloween wiederbringen? Das würde gar keinen Sinn machen, Halloween, äh, Halloween ist ja an Silvester wiederbringen. Weil Halloween, das waren ja die Halloween-Skins von letztem Jahr und die jetzt nochmal im Nachhinein zu bringen, das würde gar keinen Sinn machen. Weil es hat einfach gar keinen Zusammenhang. Deswegen denke ich einfach, dieser Skin wird nicht kommen. Das wird der einzige OG-Skin bleiben, den wir in Fortnite haben. Ich sage es nochmal, Leute. Ich meine damit nicht die Skins, die man mit dem Battle Pass holen kann, sondern nur die, die man im Shop kaufen kann. Da gibt es, glaube ich, nur noch einen einzigen, vielleicht noch einen weiteren, der mir, den ich jetzt gerade im Kopf habe, dessen Namen kenne ich jetzt aber gerade nicht. Sonst, der Rest war immer vom Battle Pass oder irgendeine Belohnung von der Season oder so. Nichtsdestotrotz, schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr, wird der OG-Skin wiederkommen oder nicht? Ich denke eher nicht. Aber schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare mit Begründung, bitte. Ansonsten macht doch mal beim Gewinnspiel, was ihr ja für tun müsst, ganz einfach ein Like da lassen. Abonnent von diesem Kanal, dann natürlich auch die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen, rund um Fortnite. Und natürlich auch auf Instagram folgen, tacticsgaming.com, hier heißt ich, dort ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten, wie ich einfach gesagt habe, mit dem Hashtag, euren Skin oder Erntewerkzeug, Emote oder sonst irgendwas in die Kommentare schreiben, was ihr haben möchtet. Dann sage ich mal, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.